Bei mir ist heute Fun-Flaschen-Wegbring-Tag. Ich habe jetzt vor allem Mehrwegflaschen aus Glas und aus Plastik dabei. Aber was ist eigentlich für Klima und Umwelt besser? Ich meine, bei Plastik denke ich an Klimasünde, aber Glas ist schwerer. Und was hält eigentlich länger? Wir lassen heute mal Glas- und Plastik-Mehrwegflasche gegeneinander antreten. Bevor wir reingehen, schauen wir nochmal drauf, wie es mit dem Mehrweg in Deutschland eigentlich so aussieht. 2017 lag der Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen bei gerade mal etwa 40 Prozent und Einweg nimmt immer weiter zu. Dabei gab es 2019 ein Verpackungsgesetz und danach sollen es eigentlich 70 Prozent Mehrweg sein. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Dabei schneiden Einwegflaschen bei der Ökobilanz fast immer schlechter ab. Mehrweg erkennt ihr an diesem Symbol. Ob Glas- oder Plastikflaschen in Sachen Mehrweg besser für die Umwelt sind, finden wir heute raus. Erstmal muss ich mein Pfand loswerden. Darum kümmert sich Vertriebsleiter Ingo Blum. Das heißt, die werden jetzt nach Flaschen-Typ sortiert? Die werden jetzt nicht nach Flaschen, sondern die werden im Prinzip nach Formen sortiert. Poolgebinde zum Beispiel. Was genau sind denn Poolflaschen? Flaschen mit diesen Perlen hier oben. Daran kann man diese erkennen. Die gibt es sowohl in der Plastikversion als auch in der Glasversion. Wenn die diese Prägung haben, dann ist das eine Poolflasche? Genau. Die können wir zum Beispiel jetzt hier nehmen und können die auch an eine ganz andere Firma schicken, weil die können diese Flaschen wieder verwenden. Sie werden abetikettiert und dann mit ihrem Logo versehen und kommen dann wieder in den Handel. Auch die klassische schmale Bierflasche ist eine Poolflasche. Der große Vorteil, Poolflaschen sind so austauschbar, dass viele Abfüller sie verwenden können. Dadurch werden oft Transportwege und damit Treibhausgase gespart. Die Paradebeispiele im Mehrwegsystem sind also zum Beispiel Flaschen mit Perlenprägung oder die klassische Bierflasche. Da gibt es aber bestimmt auch Produkte, die einen weiteren Weg zurücklegen müssen, oder? Ja, gibt es auch. Und wenn wir schon rein in National schauen, haben wir natürlich auch Produkte, die aus dem südlichen Gefilden wie Bayern kommen. Wir haben aber auch welche, die aus dem Norden kommen. Wir haben aber auch welche, die aus der Region kommen, die also quasi um die Ecke sind. Klar, am Ende entscheidet auch der Geschmack. Aber fürs Klima ist es besser, wenn man das Bier einer lokalen Brauerei trinkt. Zum Beispiel Weißbier in den Bergen oder Herpespils im Norden. Woher ein Getränk genau stammt, steht meist auf dem Etikett. Wenn wir jetzt Glas- und Plastik-Mehrwegflasche miteinander vergleichen, wenn es um den Transport geht, welche verursacht denn dann mehr Treibhausgase? Also, man kann ja schon vom Gewicht her sagen, dass Plastikflaschen deutlich leichter sind als Glasflaschen. Also das heißt, das Gewicht macht sich dann doch bemerkbar. Allerdings hat die Plastikflasche auch einen Nachteil. Sie kann nicht so oft verwendet werden wie eine Glasflasche. Die Glasflasche ist um ein Vielfaches langlebiger als die Plastikflasche. Seid ihr denn eher Team Plastik oder Team Glas? Ein Weg oder Mehrweg? Hinterlasst mir eure Meinung doch mal unten in den Kommentaren. Übrigens, neben Ein- und Mehrweg gibt es sogar noch eine weitere Variante im Getränkemarkt. Zwei-Weg? Ja. Ist das besser als Einweg? Nee, das ist eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich eine klassische Einwegverpackung. Nur, sie wird eben in Mehrwegkisten angeliefert, damit der Kunde eben nicht diese Hülle hat, sondern sie sortiert in einer Flasche hat. Und man könnte die auch in den Sack schmeißen und in die leere Kiste zurückfahren. Das heißt, da nicht irritieren lassen. Das klingt nur gut, ist aber dann doch nicht so gut wie Mehrweg. Sehr kompliziert. Also im Prinzip könnte man das auch in so einen Schrumpfpack drum machen und als Einweg verkaufen. Zwei-Weg ist also im Prinzip bloß ein Mehrwegkasten mit Einwegflaschen drin. Dass es neben Einweg und Mehrweg auch noch zwei Weg gibt, das war auch für mich neu. Das klingt allerdings alles andere als nachhaltig. Ich nehme mit, wer beim Mehrweg auf Poolflaschen und regionale Abfüller achtet, ist bei Getränken schon mal recht umweltfreundlich unterwegs. Aber schauen wir mal, was mit den ganzen leeren Flaschen passiert. Wenn die Flaschen im Mineralbrunnenbetrieb ankommen, werden sie zuerst sortiert und die Deckel werden abgemacht. Danach geht's in die Flaschenreinigungsmaschine. Die wird auch Waschmaschine genannt. Die Glasflaschen werden mit 80 Grad warmem Wasser gespült. Die Plastikflasche hat hier einen kleinen Klimavorteil. Sie braucht nur 60 Grad. Vorher wird nochmal kontrolliert, ob auch keine fremden Inhaltsstoffe in der Flasche sind. Wenn die Flasche zum Beispiel als Aschenbecher benutzt wurde, ist es nur sehr schwer, die Zigarettenstummel auch wieder rauszubekommen und dann muss die Flasche aussortiert und zum Recycling gegeben werden. Die anderen Flaschen werden gründlich gereinigt, desinfiziert und dann nochmal ausgespült. Eine technische Nase kontrolliert, ob die Flaschen einwandfrei sind oder ob sie Gerüche angenommen haben. Mehrere Kameras überprüfen jede einzelne Flasche. Ist eine kaputt, wird auch diese aussortiert. Am energieintensivsten ist allerdings nicht die Reinigung, sondern die Herstellung der Flaschen. Welche dabei besser abschneidet, also ob die Glas- oder die Plastikmehrwegflasche am Ende nachhaltiger ist, weiß Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Beim Vergleich Glasmehrwegflasche und Plastikmehrwegflasche, welche Rolle spielt denn dann die Herstellung? Gerade bei einer grünen Mehrwegflasche, da stecken 90 Prozent Rezyklate mit drin. Das heißt, das ist eben altes Glas, was wieder eingeschmolzen wird und dann wieder zur neuen Flasche wird. Bei der weißen Mehrwegflasche aus Glas ist es ein bisschen weniger, das sind es 60 Prozent. Und da bei der PET-Mehrwegflasche, da stecken 30 Prozent ungefähr an Rezyklaten mit in der Flasche. Das kann sich aber auch noch deutlich steigern lassen. Auch 50 Prozent sind da auf jeden Fall abbildbar, je nach Flasche. Welche von den beiden Flaschen ist denn in der Herstellung energieaufwendiger? Tatsächlich ist es so, dass der Schmelzprozess beim Glas ziemlich viel Energie benötigt. Also insofern braucht man da viel Energie. Man kann aber eben auch die Glasflasche, und das ist nämlich der Punkt dabei, bis zu 50 Mal wieder befüllen. Bei der PET-Mehrwegflasche ist es so, dass vielleicht vergleichsweise etwas weniger Energie für die Herstellung eingesetzt werden muss. Allerdings ist sie dann auch wieder nur 25 Mal wieder befüllbar und damit gleichen sich die beiden Flaschen an der Stelle auch wieder aus. Angenommen, meine Glasflasche ist beschädigt, entsorge ich sie dann selber oder bringe ich sie trotzdem zurück? Es ist immer gut, sie trotzdem zurückzubringen, außer sie ist in tausend kleine Scherben zerfallen, dann geht das wahrscheinlich nicht. Aber solange sie noch sozusagen, als die Flasche erkennbar ist, dann im Pfandautomaten zurückgeben, die wird dann nämlich dort aussortiert und dann wird sie eben in den Kreislauf wieder eingegeben. Im Getränkemarkt habe ich gelernt, die beste Pfandflasche ist die Poolflasche. Eine Poolflasche kann man auch daran erkennen, das sieht man nämlich hier ganz genau, hier gibt es diese Ringe. Und wenn die drauf sind, heißt das, dass diese Flasche schon öfter verwendet wurde, weil die rollen natürlich immer über dieses Band und dann entstehen diese Ringe. Und das ist ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass das eine Poolflasche ist und dass es natürlich eine Mehrwegflasche ist. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der Vorteil bei Plastik, die Flaschen sind leichter und sie müssen nicht so heiß gereinigt werden. Aber man kann sie nicht so oft wieder befüllen. Glasflaschen sind schwerer und erfordern beim Reinigen mehr Energie. Aber sie lassen sich auch häufiger wiederverwenden. Glas oder Plastik? Schauen wir auf das Ergebnis. Hauptsache Mehrweg. Für mich die wichtigste Erkenntnis, im Supermarkt auf Poolflaschen achten und am besten von regionalen Abfüllern kaufen, das verringert die Transportwege. Und die Flaschen nicht als Aschenbecher benutzen, damit die Flaschen am Ende auch im Kreislauf bleiben. Welche Flasche hat denn für euch gewonnen? Glas oder Plastik? Kommentiert das mal unten. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und über ein Like und über ein Abo. Hier haben wir euch mal Empfehlungen zum Weiterschauen verlinkt. Ich habe mir zum Beispiel mal angeguckt, ob es sinnvoll ist, aus Plastikflaschen Kleidung zu machen. Vielen Dank.